Das Spiel ist auf der Schuhwagen! Sei nur auf der Stelle! Einheitsbereit! Alles klar! Auch die letzten Kraftwerke noch weg, damit sich der Obeliskil nicht wieder aktiviert und wir die Basis anräumen. Und der Mammut steht hier ziemlich seelenruhig im Moment. Mal kurz auf hier wieder was hingebaut worden ist. Nein, es ist nicht. Okay. Ja. Hier. Ja, wir haben einen Tankgenerator gebaut. Nein, es macht nichts. Solange kein Tempel und kein Raketenbasis baut, soll es mir egal sein. So. Die Obeliskil zerstören. In Ordnung, Sir. Alles klar. Ja. Bevor die sich reaktivieren. Wobei theoretisch stiften sie das nicht mehr. Ich glaube, ich habe nicht alles gekillt. Ja. Hier. Jetzt machen wir das. Alles weg. Zack, den weg. Einfach den weg. Einfach den weg. Alles klar. Geht umhauen. Das sieht schon alles wieder aus. Da haben wir die größten Gefährdung schon hinter uns. Jetzt ist hier wieder eine stunde Zeit. So lange werden wir nicht benötigen. Ich glaube jedenfalls nicht. Ich weiß nicht ziemlich genau, wo ist der Scheiß. Einheitsverlögen. Okay, der ist. Du haust das Ding mal auf. So, geh weg den Karm weg. Das Ding weg. Alles klar. Was? Geht's euch doch gut, Jungs? Ich glaube, ihr habt nicht mehr eine Tassen im Schrank, wa? Ich baue nochmal ein paar Disruptor-Panzer nach. Wird gebaut. Erwart der Anweisung. Motorhahn. So stellen wir den. Wir müssen sowieso wieder alles, jedes kleine Gebäude hier alles zerstören. Deswegen können wir uns doch jetzt eben die Mühe machen, das zu machen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Einheitsverlögen. Ich weiß nicht gerade nicht, warum die Leitjäger nicht abheben. So ist doch klar, dass wir von den Disruptor-Panzerstrahlen getroffen werden. Hier geht man hier hinten hin. Und da ist die alte Basis. Einheitsverlögen. Alles klar. Alles klar. Einheitsverlögen. Hier. Und hoch. Wer hätte das für möglich gehalten. Da sind Mammut-Panzer. Ich dürfte aber irgendwo den letzten. Den letzten Gegner zerstören hier. Das Ding noch weg. Dann habe ich hier drüben glaube ich alle erledigt. Einheitsverlögen. Einheitsverlögen. Gut. Wer die zuerst vernichtet. Sollen wir recht sein. Einheitsverlögen. Was? 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 Was ist denn hier? Den weg. Einheitsverlögen. Die haben mein Mammut-Panzer zerstört. Das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht machen. Das gibt's doch nicht so was. Ihr Schweine. Sogar aufpassen. Wegen Raketen. Aber warte mal. Ich hab doch noch einen Ion-Strahl oder? Ziel wählen. Psst. Grill. Sammler wird angegriffen. Ja. 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 Dann geht man hier hin. Dann bau ich mal einen neuen Mammut wenn die Disrupt closed-O-Panzer fertig sind. Genau. Einhalt bereit. Ich baue einfach wegen eine Disrupt-O-Panzer jetzt aus... Ach sag mal. Willst du mich jetzt exerciety verarschen? Hier hinten ist ein ganzes Tiberianfeld, warum sammelt da keiner von denen? Ich glaub ich bau gleich nochmal Sammler. Und, Gas! So, eliminiert die hier hinten mal, damit ich Ruhe habe und nicht mal höre, dass hier irgendwo irgendwer auf irgendwen schießt. Geht ja nicht so was, ey. Na los, zerstör den, du den. Und ihr drei, Prestige-Panzer, kommt mal hierher und bewacht mal hier, wenn das Sperium fällt. Und du auch, bitte, danke. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Der kommt jetzt hierher. Gut. Also, ich würde mal so sagen, ganz spontan, hier passiert jetzt erstmal eine ganze Weile nichts Spannendes mehr. Wirklich nicht, das könnt ihr mir glauben. Ähm, ich ziehe jetzt meine Disruptor-Panzer-Armee hoch. Und wenn ich die habe und bereit bin, diese Basis hier zu überrennen mit der zweiten Rakete, dann, ähm, melde ich mich wieder bei euch. Bis gleich. So, Leute, es geht los. Es geht los. Der Großangriff auf die Notbasis, hier unten in der Ecke. Erstmal bewegen wir uns mit der ganzen Einheit hier runter. Vorbei an dem Verteidigungsgerät. Denn das ist jetzt einfach unlustig. Ja, Sir. Einheit bereit. Die Tarn da oben fleißig weiter ihre Basis bauen noch alles neu. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier nach Süden bewegen. Diesen ehemaligen Notstützpunkt hier eliminieren. Die schon gerade dabei sind. Noch 20 Minuten. Wenn die Ohrenwerfer breiten und ich ganz, schade. Eier, ich sag scheiße, ich bin die Ohrenwerfer. Feuer, hallo. Wie lange wollt ihr denn noch da rumstehen und warten? Nochmal, habt ihr noch eine Tastel, ihr Idioten? So, renn hier, Feuer. Hier lang. Aber ja, noch 18 Minuten, das ist doch, um die ganze Basis zu vernichten. Feuer auf den Obelisten. Feuer auf die Tiberium-Ratulerie-Vabrik-Waffen-Link-Upsile-Versus-Link. So, hier lang. Ionenwerfer, verraus. Hier sehen. Ja, hier. Gehen zerstören, damit die nichts mehr nachbauen können. Kann von noch zerstören. Nein, die Rakete bitte noch nicht. Ich bin noch nicht bereit, die letzte Rakete anzugreifen. Erledigt. Reize. Reize. Die Rakete überlegen sich zu stören. Wenn ihr nicht schon dabei seid. So, einfach weg hochjagen hier. Dann hat der Obelisten nämlich auch keine... ...keine Dinges mehr. Boah, ehrlich gesagt, das ist scheißegal. Stopp. Das ist wurscht. Nicht ausruhlen. Ja, ja, theoretisch wieder eine ganze Stunde Zeit. Und ehrlich gesagt, ist das ziemlich wurscht. So, jetzt zur Stelle würde man die ganzen Kraftwerke hier hinten. Und mit der Ion-Kanone kann ich dann während der Rakete vernichten. Das ist ein Wurscht. So, den weg. Diesen hier weg. Zack. Und den zerstört. Damit ist die ganze Basis ohne Energie. Und mein Mammut kann jetzt hier oben mal austoten, der wieder mal zu doof ist und so was einfaches, die Flakstelle zu treffen. So, jetzt mal hier hin. Bitte. Können's den. Und jetzt ist das für das Ding hier. Mann, Mann, Mann. Ey, das ist echt... Seht ihr, da läuft schon die Zeit für die letzte... Boah, ruckel, ruckel, ruckel. So, hier her. Die ganze Einheit. Lassen wir ihn mal die Kraftwerke hier oben noch wegpusten. So. Alle weg hier. Den zerstören. Schuss. 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 Das sollte wir nügen. Jetzt den weg. Schuss. Der Mammut kann den Rest hier oben alleine machen. Schuss. Schuss. Den scheiß hier unten. Den weg. Ja, brauchen wir? Ah, komm, wir brauchen noch ein paar Orca-Bomber. Weil ich's kann. Ich brauche jetzt einfach eine Orca-Bomber. Das Ding zerstören. Den zerstören, bevor der abhaut. Tangier der Ratte zerstören. Sir. Gas. Wir brauchen ihn unterschwerfen erledigt. Sir. Lass den wegpusten. Den zerstören. Oh, ruckeleck. Zack, so. Ja, ja. Diese Mammutsitze, finde ich, die halten nix aus, die haben's doch. Den weg. Mammuts zerstören, süsser. Den weg. Geh da mal lieber bis nach vorne hin, sonst packst du das wieder nicht, wenn du so duft gerade auslaufen bist. Hier fahrt ich jetzt hier her. So. Den MWF könnte ich dann mal irgendwie brauchen. Ich nehme ihn kurz ab. Abgebraucht. Weil ich eine Landezone schaffen muss für meinen Carryall auf dieser kleinen Insel, wo die letzte Rakete drauf ist. Trümmerhaufen, genau. Den tust du mal weg, wenn das möglich ist. Mal gucken. Ansonsten kann ich nämlich alles zerstören, was Nod ist. Okay. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Da geht's. Ja, lass dir nichts tun. Danke. Wird gebaut. Einmal noch ein Orkerbomber. Einfach, weil ich's kann. Mehr Einheiten brauche ich auch nicht. Ich habe mehr als genug Panzer gebaut. Die Hauptarbeit ist schon erledigt. Jetzt kommst du mal hier hinten hin, da ist mir noch ein bisschen was kaputt zu schießen. Einwerfer bereit. Genau. Habe ich noch fliegende Viecher irgendwo? So ein paar. In Ordnung, Sir. Noch zwei. Einheit bereit. Dann treffen die sich mal eben und fliegen da unten hin. Jetzt muss ich nur noch die Rakete finden und dann kann ich die mit dem Ionenwerfer einfach umklatschen. Aber genug Zeit dafür. Einheit bereit. Erwart der Anweisung. Alles klar. So, hier deck mal auf hier hinten. Einheit bereit. Du brauchst den Carry auf. Sir. Schon unterwegs. Das FWF auf. Ich bau nochmal eben schnell ein... Eine E-Impulskanone. Wirkt gebaut. Schon unterwegs. Einheit bereit. Und Gas. Wir müssen noch mal hier hinten lang. Keine Verteidigungszimmer mehr. Okay. Lass sie schießen. Die Hand von Nord und den hier hinten. Peng. Die Infanterie weg. Zack. Jetzt muss das Ding kaputt machen. Komm schon. Komm schon. Du musst sie finden. Sauber. Peng. Spaß. Super. Ja, Sir. Hierher. Ausbauen. Hier im Pekanon und daneben. Zack. Carry all. Hierher. Das ist schwer. Das ist ruf zum Panzer. Und hierher. Und du zu schießen. Das Tor. Und hierher. Weil da sind auch noch Türme und Tore. Die mal eben zerstört werden wollen. So. Nachdem ich das aufgedeckt hatte. War das jetzt halt kein Problem mehr. So. Hier müssten theoretisch noch zwei Lasertürme sein. Jawoll. Da sind sie. Genau. Und zerstört die mal. Ich frau mich gerade, wo die das Geld haben müssen reparieren. Ja. Hier. Bau abgeschlossen. Einsatz hier. Und dann werde ich sehen, dass ich den Einsatz beende. Bau abgeschlossen. Irgendwas feuern die hier. Wind gebaut. Irgendwas haben die jetzt zerstört. Achso, die Sammler natürlich. Bau abgeschlossen. Logisch. Okay. Da ist Kastwerk. Hier drei. Warte mal hier runter. Habe ich noch höchste Geschwindigkeit? Ne, habe ich nicht noch. Komm, ich werde meine Spielgeschwindigkeit erhöhen. Das dauert mir nicht alles zu lange. Nein, Sir. Easy Befehl. Easy Befehl. Ja. Easy Befehl. Easy Befehl. Ey, den weg. Ja, den weg. Na, also dauerhaft. Hierher. Wieder zurück. Wieder zurück. Wieder zurück. Schaut setzen. Sir. Ja, cool. Wir stehen wieder mal auf. Hier. Hier. Alter, nimmst du den Mammut jetzt mal auf? Du sollst ihn hochheben? Hallo? Oh, komm. Das ist mir echt zu doof gerade. Ernsthaft. Geht das jetzt nicht mal auf der scheiß Brücke stehen oder was? Ich brauche mal ein paar Schwebepanzer, so, fünf Stück. Mammut reparieren. Na, also. Ich brauche mal ein paar Schwebepanzer. So, fünf Stück. Die Hälfte fliegen. Den aufnehmen. Ähm... Wo ist der... Der Verschlag? Ziel wählen. Jetzt setzt ihn ab. So, zerstören wir die Kraftwerke hier. Den zerstören. Den zerstören bitte. Den zerstören. Den wegpusten, schnell! Schnell! Den Bau wegpusten. Okay, dann kannst du das Kraftwerk auf die Lichter hin. Die haben auch keiner zu stören. Das ist wild. Jetzt sind die Unkern, wir sind bereit. Oh, sie stört. Den T vernichten. Das sind die Schicksale. Okay, Luft ist da vorhanden. Aber nur so ein bisschen. Komm, zerstören doch mal die Popeln. Es ist doch egal mit den Maschine. Ich störe einfach an die einst. die infanterie das ist ja auch so ein stück erledigt dennoch dennoch jetzt wusste ich tanken generator weg Dann brauchen wir schnell einen Basisturm hinten hin Und Luftkampfer dazu Und dann haben wir es auch geschafft Die GDI-Kampagne Lass meinen EMP-Werklein pur Ja, oh ja